Das Finale Ich dachte schon wenn ich Spiel die Bibi wieder... Was? Lul? Schade Moin Cringe, Schmucki Was geht? Was ist jetzt los? Bitte Neid anmelden... Och, was? Dankeschön Nur weil ich die E-Mail Adresse... Egal Leute, geht gleich los Ich muss wieder meine E-Mail anfordern Leute, jetzt kommen Minigames E-Mail fast geleakt Ach, bravo Digga Grundlos gesperrt E-Mail fast geleakt E-Mail Dankeschön, dass einfach mal ein Spielkonto gesperrt wurde Ach, nee Leute, ich zeig's euch gern mal Ein Spielkonto wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt Kontaktiert den Supportkonto wiederherzustellen Jetzt kann ich das ganze selbe wieder machen Meiner Konto wird einfach jetzt live Wo ich einfach mit euch meine Minigames Was ist da jetzt nicht schon wieder, Boxer Alter Was will man dagegen tun?